ja hallo und herzlich willkommen hier bei ls 15 auf der südhemmer version 11.1 ja ich bin an der vorbereitung auf das häckseln heute abend ich hoffe dass wir genügend leute sind wir müssen zwei abfahren wir haben das schweinefutter jetzt in die produktion genommen sage ich mal das hier läuft alles ich will hier wasser nachführen ok und bei den tieren nochmal jetzt sind wir erreicht so sieht das denn hier aus so schweinefutter blusam ernährt sich das ei schon wieder so 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 jetzt wird aufgefüllt so 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 Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, das kann ein bisschen dauern. Dann springen wir mal in der Zeit. Hier läuft noch alles. Füllstand-Build-Bonus ist voll, TS-Gehalt ist gut. Generator läuft. Fütterungsrate 150%. Ja, das ist gut. 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 Ach, das ist auch noch da. Stimmt. Ich glaube, das kostet 2.000 Liter. Sehr gut. Ich glaube, das kauf ich mal. Okay. Okay. So. 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 Ups, er war ohne Prolison, er war mit Prolison. Er war mit Prolison, er war mit Prolison, er war mit Prolison. Er war mit Prolison, er war mit Prolison. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.